Sieht friedlich aus, soll der einzig sichere Weg sein. Was weißt du über die Fähre? Die letzte soll in ein paar Tagen oblegen. Wo genau? Ich weiß wo. Los! Warum hast du mir immer noch nicht gesagt, wo die Fähre ablegt? Warum lügst du mich an? Bleib stehen! Das ist zu gefährlich! Maria! Du hast gesagt, du hast jemanden verloren. Im Moment verliert die Welt eher uns. Stell dir vor, wir wären die letzten Menschen. Dann wären wir wenigstens nicht allein. People... Jäflig sind immer, wenn... Sie kämpfen die Welt. Diese Politik wird immer riesig. Dauwur, diese discovereden Fabri